Ja, alte Freunde, Hauptkampagne, auf geht's, ne? Alter, was für... Wir haben Freunde, krass. Sagt ihr, wie man da gerade mit einem Freund spielt? Aber ist okay. Ein Bekannter. Ein Bekannter, ja. So, Freunde einladen. Hä? Okay. Es gibt die Option zum Freund einladen und Spielhost oder Spiel suchen. Tja, sorry, ich bin leider kein Host, ich bin nur jemand, der Freunde einlädt. Ui. Dass es dafür extra zwei getrennte Lobbys gibt zwischen Freunde und Online-Spielen, finde ich auch ziemlich geil. Koop-Freund. Und wo kann ich meinen Dude jetzt machen? Hier unten ist das. Nein, ich brauche keine Hilfe mit dem Server-Boost. Alter, diese beiden Kekse sehen echt ein bisschen schwierig aus, du. Alter, du kannst sogar unten die Karte durchswitchen und so. Freunde. Oh, ich glaube, ich muss die ganzen Sachen freikaufen. Ja, ist ja die erste Runde. Ja, ja, keine Ahnung. Aber eine ganz andere Frage. Ich kann nicht auf Spielen drücken, wahrscheinlich, weil du bereit drücken musst. Ist nur so ein Gefühl. Aha, ist ja komisch. Aber das muss man erstmal Schädel einstellen. Maximilian ist fort. Ja, das hat er einfach genommen, wahrscheinlich normal, oder? Niemand weiß, wo er ist. Er ließ den Orden zurück. Und mich. Mit diesen Kindern. Ihm konnte schon sein Leben lang Rissmagie einsetzen. Doch er wusste nicht, wie mächtig er ist. Kelsey war der fleißigste Lehrling des Ordens. Doch ihr fehlte es an... Ich glaube, es geht die Falle los, während sie da steht. Und stirbt einfach. Ja, schade, war. Aber ich glaube, wenn der einen Bogen hat, der Typ, der nämlich einen Bogen. Ich würde aber auch einen Bogen nehmen, weil mir hat er in dem letzten Game wie Ampurs doch gut gefallen. Ein echter Ogre hätte euch verschlungen. Du bist in der Katzchen, krass. Sorry, Zauberin. Ihr werdet um dieses Schicksal flehen. Glaubst du, er kommt wieder? Wow. Als wärst du allergisch gegen kluge Sprüche. Kommt. Es wird ernst. Okay. Kälte der Egan. Aha, wir müssen uns nicht schreien. Magischer Langbogen und Bodenschlag. Und das andere hat Max aufgemotzter Blanderbass und schweben. Ich bin ehrlich. Ich kann es gerne aussuchen, aber ich wäre eher bei Igan. Ich wäre auch bei Igan, aber ich nehme einfach mal dann die Alte. Mir ist das egal. Wir können auch einen Zufall entscheiden lassen, wenn du willst. Ganz ehrlich, ich nehme die Alte. Okay, dann hat sich das wieder der Licht. Ja, ich bin bereit. Nimm mir du da einfach. Wir können ja eh vielleicht gleich mal durchswitchen. Ja, es gibt eh wieder safe noch mehr Charaktere. 100%. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Beim letzten Spiel war das... Nee, aber Waffen. Waffen kannst du ja ändern und so. Ja, aber es gab ja, glaube ich, beim letzten Mal nur Skins, die sich unterscheiden. Wir waren ja irgendwann diese komischen Kürbiskörper. Naja. Jetzt hier, äh, Währung und Ausrüstungsmeister. Ja, da hat sich gar nichts geändert, okay. Außer, dass es schicker aussieht. Brauchst du Hilfe mit den Grundlagen? Du kannst jederzeit einen Blick auf die Hilfefenster im Pausenmenü werfen. Nee. Ich möchte lieber, dass das... Okay, das ist definitiv kein Ordensriss. Aber ich habe doch gar keinen Fall. Ja, ich würde dir ja gerne sagen, dass ich das wusste, aber... Oh, ich habe diese komische Pumpgun. Schnell, platziere ein paar Pfeilen und bleib in Bewegung. Ich werde dir weitere Anweisungen geben, soweit ich kann. Wie können wir sie hören, obwohl wir sie nicht sehen können? Telepathie, du siehst wie. Okay, lass uns diese Pfeilen mal in der Praxis testen. Flammenwerfer, schnell vor eine Waffe, landen da, was du kannst, muss die Waffe jetzt schon wechseln, auf B. Hast du bestimmt gemacht und so, ne? Ne, okay, kurz. Ups. Ja, perfekt, können wir nochmal kurz rein starten. Ach, komm, du hast die erste Runde noch geschissen. Okay. Sollte klappen. Das ist krass, das ist ja echt der Bogen. So, er hat keine Ahnung, wenn ich das auch voll scheiße, wer weiß. Ach, jetzt, ich verkaufe dich dumm. Hallo? Oh, richtig. Nur Wände. Puh. Es ist wieder Versteuerung, komm, komm. Wie viele Pfeile hast du? Zwei auch nur? Ja, zwei Stacheln und Wandfalle halt. Okay. Also, ich bin ready. Ja. Gut, dann. Gehen wir es an. Okay, du kannst dich nicht halten, sobald du linke Mauster drückst, ist übrigens auch nicht geschossen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Turbe aufzubrennen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Geht von uns. Okay, ich mach jetzt schon direkt erstmal leise. Auf wie viel Prozent hast du? Hat er auf 70, weil es voll im Moment voll in Ordnung war, aber es ist irgendwie zu laut. Also, ich hab direkt auf 55. Das ist eine gute Zahl. Du wirst attackieren. Ja, so. Ja, war nur ein bisschen laut. Alles gut. Das nenn ich mal einen Ortbremse. Du hörst noch ein bisschen da. Glaub ich. Reicht noch, ja. Es gibt keinen besseren Platz. Wenn die Maps immer so bleiben würden wie in der ersten Runde. Die Feinde sind schon noch da. Also, wir können ja nicht mehr durchschließen. So wie damals. Wie ging das früher? Ja, damals konntest du doch da durchschießen, ja nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen Waffe, aber doch ein Granaten zu tun, das. Ich mein schon. Das Ding ist, mir gefällt das nicht, weil ich nicht weiß, wann ich genau nachladen muss mit der Waffe. Steht das nicht irgendwo? Nein, doch nicht. Ich meine nicht. Ich will jetzt nicht rückwärts, im schlimmsten Fall nach zwei Schuss, ne? Ich glaube, das sind Rücken nach vier. Aber trotzdem. Das wird klappen. Das wird klappen. Tja, ansonsten. Bis jetzt halt, ne? Klar, erst dann, ja, easy, easy. Ja, also das ist jetzt nicht die Challenge, muss ich mal sagen. Aber? Nein, die Challenge ist, eben die erste durchzuhalten. Wegen den, äh, Orcs natürlich, ne? Ja, ja. Wie findest du den Bogen? Äh, geht. Ich muss erst, wenn wir dann ins Aim rankommen. Aber der ist eigentlich ganz nice. Also Headshot Damage ist fast nur One-Head, wenn ich treffen würde. Ja, also ist glaube ich mit der Shotgun auch. Und der noch. Fühlt sich gut an! Tja. Was hast du eigentlich für Fallen? Wie ist das was Besonderes? Ja, die gleichen, die du hast, die Fallen. Wie aus dem Leerruf! Hast du das schon mal gefragt? Das wird was! Nein, ich habe nur gefragt, wie viele, nicht welche. Allzeit bereit! Wichtiger Unterschied. Ja, ja, da habe ich aber auch schon gesagt, welche. Da kommen weitere Feinde! Nee, nee. Letzte Welle. Falk, warum mussten wir eigentlich alle Wellen in einem Brief spielen? Aber die letzte Welle müssen wir bestätigen. Ja, macht Sinn. Also, zwischen und Schnaufen hier in der ersten Runde. Wow, sind die hässlich! Okay. Ich glaube, ich hätte mir nicht mehr Fallen gebraucht, ey. Ja, so gefühl nicht. Sie macht es ein bisschen einfacher, aber heavy ist das Level noch nicht. Das ist das erste Level. Ich bin gespannt, wie später Fahrtkoll ist. Ja, ich glaube, das wird man merken. Gehen wir es an! Kommen wir das wieder an? Gut, zwei Cheapens. Assassin und goldenes Monocle. Wow, ich habe nur goldenes Monocle. Toll. Ja. Loser. Das ist echt so. Okay, fünf Schädels. Gibt es die Schädel dann für Zeit wieder, weil da so ein Zeitsymbol bei ist? Hm. So, verbessern. Hilfe, 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 Hilfe. So. Reptilienpanzer. Oh. Muss nicht. Ups. Was denn? Ich habe auszusehen verbessert. Ich dachte, ich klicke durch, aber... Stark. Jetzt mal die Hilfe im Inventar genommen. Da alle Verbesserungen rückerstatten. Schwerkraftsäule wirft Feinde in die Luft, je nachdem wie schwer sie sind und lässt sie wieder zu Boden fallen. Klingt eigentlich ganz witzig. Hm. Boah, aber ich nervte Musik ein bisschen. Ja, schon. Die ist sehr, sehr schnell wiederholend, sag ich mal. Ja. Kann man so sagen. Na gut. Also, ich weiß noch, damals waren halt immer die NPC, die Leute, die man hinstellen konnte, so Bogenschützen und sowas, war immer ganz geil eigentlich. Brenner, die Katapult und sowas, eh immer edel. Was nehme ich denn da am besten? Ich bin ein bisschen... Ich gucke mir mal Sachen an, die ein bisschen neuer sind. Ja, ja, auch. Klar, aber ich möchte so ein, zwei... Dinge mal kurz kaufen, weil wir haben 16 Schädel. Also ich zumindest. Ich habe 15. Ha, Loser. Warum hast du einen weniger als solche? Ja, eher wenn ich das wüsste. Wahrscheinlich wegen dem Schiefen oder so. Achiev Mende. Schmetterlingsfenster, was ist das denn? Lässt beim Auslösen wunderschöne Schmetterlinge frei, die Feinde ablenken. Das klingt eigentlich so bescheuert, das würde ich testen. Ich würde gerade sagen, klingt sehr keckig. Schneekanone. Okay, ein paar Sachen sind auch komplett gesperrt. Also ich überlege... Komplett gesperrt? Ah ja, lol, du hast recht. Was ist das? Alter, wie viele das auch sind. Krass. Wächterbogenschützen, uh, die sehen ordentlich aus. Also ich bin am überlegen, weil ich da ja immer ein Fan von war. Ich weiß gar nicht, ob ich das war, aber der Pfeilspucker an der Decke, der... Ich würde generell wieder so machen, dass wir uns ein bisschen absprechen mit Decke, Boden, Band, so, wer macht wie, wo, was am besten. Das wäre jetzt nicht unbedingt alles nur für Wände oder sowas von als Beispiel, sondern es würde uns so ein kleines bisschen spezialisieren, beziehungsweise ein bisschen eine Kombo aufbauen. Am Anfang natürlich nicht, aber halt so schon mal ein bisschen in die Richtung. Ich wehre mich auf jeden Fall schon mal bei definitiven Bodensachen, so, sag ich mal. Da habe ich dich, da habe ich dich tatsächlich auch direkt wieder eingeschätzt, dass du Bodensachen machst. Hey. Ey, das war ja letztes Mal auch so. Ich glaube, ich hatte Wand, Wand und Decke und du halt Boden. Ja, und die ganzen KIs hatte ich da gehabt. Ich hatte ja auch den, ich hatte ja auch Bogens, wenn es noch nicht mehr ist, was dabei. Äh, aber ich tue mich echt schwer, mich hier zu entscheiden, bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt tatsächlich erst mal dieses komische Feiling für die Decke geholt. Also ich hole auf jeden Fall die Steuerpfeile, das ist so ein Klassiker, der irgendwie immer gut ist, glaube ich. Ja, ich würde irgendwie gerne mal das Dornbeet noch ausprobieren. Ähm, aber sonst, ich finde, sonst kriegen die Sachen jetzt nicht so krass. Also auch wenn neue Sachen dabei sind, finde ich die nicht so wild. Die Musik hat einen sehr, sehr kurzen Loop, ey, leck mich im Arsch. Ja. Schwierig, bin ich ehrlich. Oh, das, da sehe ich mich, da sehe ich mich, das will ich lieber mal, warte mal, das will ich mal ausprobieren. Ich will mir was für die Wand holen. Na, hä? Hey, wieso kann ich das nicht machen? Ah, nee, nächste Runde muss ich das machen, aber egal. Dann hole ich es mir nächste Runde. Dann nächste Runde. Wie viel gibt es auch, genau? Warte mal. Nee. Waffen. Ja, warte, okay, komm. Wie geht es jetzt weiter? Ja, einfach mal fortfahren, ab in die Nächste Runde. Und los. Ich kann nicht fortfahren drücken. Ich hab mal. Du. Okay. Ich hab mal. Bis zum nächsten Mal.